Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Fatbike Kanal. Ich habe wieder ein neues Fahrrad im Test und zwar das Stadtrad von Mockwil, das Asphalt X und mit diesem Video wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Und da haben wir es auch schon, das Mockwil Asphalt X. So sieht es aus. Erst einmal vom ersten Eindruck her, vom ersten Blick, von der Farbe her, von der Geometrie her, muss ich sagen, gefällt mir gar nicht so schlecht. Ganz besonders schick finde ich natürlich auch hier direkt an der Stelle dieses neue Aufkleberdesign. Das gefällt mir echt gut. Ansonsten natürlich auch im Vergleich zum Vorgänger. Es steht zumindest erst einmal Asphalt X drauf. Es ist aber das Asphalt 3.0 und ich habe ja auch schon den Asphalt Vorgänger. Das heißt, da wird es demnächst auch nochmal einen direkten Vergleich geben. Also ich stelle beide Fahrräder wieder direkt nebeneinander und werde mal vergleichen, wo sind denn jetzt genau die Unterschiede. Was ich auf jeden Fall jetzt schon mal feststellen konnte, wir haben hier an dieser Stelle nicht mehr diese rote Rückleuchte. Ja, so ist das, wenn man mitten auf der Straße dreht. So hier einmal Straße in die Richtung, Straße in die Richtung. Jetzt hier am Dienstagmittag um fast 12 Uhr ist das alles eigentlich kein Problem hier zu drehen. Da fährt hier alle 30 Minuten ein Auto und ein Radfahrer und vielleicht auch mal ein Fußgänger mit Hund. Mehr hat man hier nicht zu dieser Uhrzeit, aber leider jetzt direkt im Video. Naja, war ganz nett gerade. Genau, das Asphalt X. Hier haben wir dann nochmal den Schriftzug. Also wie gesagt, die neuen Aufkleber. Ich stehe gerade so ein bisschen. So. Ja, mit dem Schatten muss man immer so ein bisschen gucken. Ich muss natürlich auch mal darauf achten, dass ich die Sonne im Rücken habe. Nicht Rücken in der Sonne. Beides. Mein Rücken zur Sonne und die Sonne im Rücken. Dann passt es. So, hier auch nochmal die neuen Aufkleber. Ja, wir haben jetzt auch kein 36 Volt System mehr. Das ist mir auch beim Unboxing schon aufgefallen. Wir haben jetzt den 48 Volt Akku. Wir haben einen Motor, wenn ich mich jetzt recht erinnere, mit einer maximalen Leistungsangabe von 350 Watt. Maximal gibt es ja kein Limit. Also ich denke mal so, mit maximal 350 Watt wird auch die neuen Dauerleistung von 250 Watt locker erreicht werden. Anders kann ich es mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass das bei einer maximalen Leistung von 350 Watt nicht erreicht wird. Von der Schaltung her haben wir eine 7 Gang Schaltung. Auch hier wieder verbaut. Die Tournee T oder die Tournee mit einer Übersetzung von, ich hätte jetzt wieder gesagt, 14, 28. Das Ganze sieht ziemlich Standard aus. Und von der Übersetzung her muss ich auch mal so sagen, wenn man so 25 kmh fährt, denn bei 25 ist das ganze Fahrrad auch abgeriegelt. Kann man schon Gang 7, Gang 6, Gang 7 ganz gut nutzen. Also von der Abstimmung her muss ich sagen, gefällt mir das bisher jetzt nach nicht mal 10 Kilometern, muss ich auch sagen, eigentlich ganz gut. Es ist, muss ich ja an der Stelle jetzt auch nochmal sagen, es ist ja auch erst mein erster Eindruck nach tatsächlich, oh doch schon 13 Kilometer. Das ist recht viel. Normalerweise, ja, ich musste heute meinen Drehplan ein bisschen ändern. Also ich nehme jetzt ein bisschen durcheinander auf, weil bei meinem Drehort 1, da werden gerade die Felder gemacht. Ich glaube Weizen ist jetzt dran oder irgendwie sowas wird da heute gemacht. Deswegen konnte ich da jetzt erstmal heute Vormittag nicht drehen und musste jetzt erstmal zum zweiten Drehpunkt fahren. Und hier drehe ich jetzt erstmal den ersten Eindruck und dann drehe ich nachher an Drehpunkt 3. Da sind auch nochmal wieder 10 Kilometer bis dahin. Und ja, auf meinen Fahrten lerne ich halt das Fahrrad auch immer ganz ordentlich kennen. Was auf jeden Fall schon mal sehr positiv ist, also mir gefällt diese Rahmengeometrie auch an der Stelle hier unten richtig gut. Wir haben nicht diesen Mittelmotorkasten, sondern wir haben hier ein richtig schönes Design passend zum Heckmotor. Die Schutzbleche passen auch wirklich sehr gut. Leider haben wir bei diesem Gepäckträger nicht dieses Holzbrett am Gepäckträger. An der Stelle, so hier jetzt an der Stelle haben wir leider kein Holzbrett. Wäre aber sicherlich machbar, weil hier sind auf jeden Fall Gewinde, vier Stück. Da sind die anderen zwei vorhanden, sodass man hier auf jeden Fall ein Holzbrett nachträglich draufschrauben kann. Ob die Originalholzbretter, wie zum Beispiel vom Moffi Basalt oder vom Skoria oder Oda passen, habe ich jetzt noch nicht geprüft. Und werde ich sicherlich demnächst nochmal tun. Vielleicht passen die ja einfach dran. Es wäre natürlich dann schade, dass man das quasi ab Werk nicht so wirklich mit liefert. Das Bremsentest habe ich auch schon gemacht für ein Stadtrad ganz ordentlich. Natürlich, man hat durch die schmalen Reifen, kriegt man nicht mehr so viel Gummi auf die Straße wie bei einem Fertbike. Ja, das merkt man halt schon auch beim Bremsentest. Also ich muss da sagen, ich fühle mich auf Fertbikes mittlerweile richtig sicher. Und wenn ich wieder so zurück wechsle auf so einem Stadtrad, dann merke ich halt schon, okay, die Reifen sind schmaler. Dadurch hat man weniger Grip beim Bremsen, also gerade auch auf der Hinterachse mit dem Hinterrad. Und vorne ist die Bremse jetzt ein bisschen schwach gewesen beim Bremsentest, aber wer bremst schon bei 50 kmh auf Null runter, so wie ich das hier in meinen Testvideos tue. Wie gesagt, auf meinem Hauptkanal Ben Masterful kommt das Vorstellungsvideo noch. Da ist Lichttest, Bremsentest und so weiter mit drin. Das hier ist jetzt erstmal nur mein erster Eindruck. Kommen wir mal zur Lichtanlage. Mockwil ist da ja immer sehr bedacht, sage ich jetzt mal, oder auch daran interessiert, die deutschen Gesetze einzuhalten. Hier haben wir die Rückleuchte mit Reflektor, das ist eine 2 in 1 Leuchte mit Karnoma. Also hier hinten auf jeden Fall optisch auch schick, kann man so total machen, finde ich richtig gut. Vorne, beziehungsweise jetzt sieht man ja erstmal den Reflektorstreifen an den Reifen. Wir haben hinten Reflektorstreifen und vorne Reflektorstreifen. Das ist dieser weiße Streifen, den ich da immer meine. Wenn man diesen Streifen hat auf den Reifen, braucht man in den Felgen, in den Speichen keine zusätzlichen Reflektoren. Wir haben, das ist aber auch Standard, 99% aller Pedale haben hier dann auch zwei Reflektoren. Einen auf der Seite, einen auf der anderen Seite. Auch darauf muss man eigentlich so ein bisschen achten. Und dann haben wir hier von vorne den typischen Mockwil Scheinwerfer. Manche finden ihn ganz hübsch. Reflektor ist darunter auch vorhanden. Und auch an dieser Stelle, bei diesem Scheinwerfer, muss ich diesmal sagen, Karnoma vorhanden. Also damit kriegt man auf jeden Fall bei einer Kontrolle, Polizeikontrolle in der STVO, kriegt man damit keine Probleme. Das Ganze ist auf 25 kmh abgeriegelt. Wir haben keinen Handgas. Typisch Mockwil, wir haben einen Drehmomentsensor, der sich auch hier richtig gut fährt. Bisher bin ich sehr begeistert. Ich bin heute ein bisschen müde. Deswegen fand ich Unterstützungsstufe 1 ein bisschen zu wenig. Also, ja, Tatsache muss ich sagen, Unterstützungsstufe 1 fühlte sich heute so ein bisschen, für mich, heute bin ich so ein bisschen schläfrig, fühlte sich das Ganze so ein bisschen zu wenig unterstützt an. Unterstützungsstufe 2, 3, 4, 5. Man merkt immer eine kleine Steigerung. Das ist auch noch mal besser als beim Vorgänger. Beim Vorgänger hatte man auch so ein bisschen das Gefühl, ob jetzt Unterstützungsstufe 1, 2, 3, 4 oder, ja, bei 5 war ein bisschen. Aber vorher waren die Unterschiede einfach sehr gering. Und jetzt hat man einen sehr soft eingestellten Drehmomentsensor. Und Unterstützungsstufe 5 fährt sich echt sehr gut. Man kommt überall lang, die kleinen Berge hoch. Mein Hauptberg, mein Powerberg, wo ich auch den Bremsentest mache, da wäre das Fahrrad fast abgekackt. Also da hat der Motor dann doch am Ende zu wenig Leistung, um von alleine hochzukommen. Da musste ich oberschenkeltechnisch so richtig, richtig, richtig zutreten. Dann haben wir den typischen Mockville-Sattel. Ja, da sage ich im Prinzip auch immer wenig zu. Wenn man wirklich nicht viel fährt, immer nur kurze Strecken, ist das total in Ordnung. Für längere Fahrten würde ich sagen, plant auf jeden Fall mindestens 50 Euro für einen neuen, besseren Sattel ein. Die Handgriffe, was den Fahrkomfort angeht, kann man jetzt erstmal lassen. Da hätte ich jetzt ehrlich gesagt nichts zu meckern. Hier sehen wir dann auch die Schaltung von der Tournee-Schaltung. Display ist auch Mockville-typisch. Im Hellen ein bisschen zu dunkel, nachts ein bisschen zu hell. Das ist immer so meine Wahrnehmung. Vom Menü her alles das Gleiche. Man kann das Ganze auch offen fahren. Mit, ja, wie schnell das Fahrrad jetzt fährt, kommt natürlich auch darauf an, wie schnell man trampelt. Also von der Übersetzung her, die Siebengang-Schaltung lässt so 30 kmh ganz gut zu. Alles, was darüber hinausgeht, ist schon so ein bisschen anstrengend und eine ziemliche Strampelei. Klingel ist vorhanden. Das ist natürlich auch immer nicht so unwichtig für den STVO-Bereich. Handgriffe sind okay. Für kürtere Fahrten ist das total in Ordnung. Gesamteindruck vom Lenker, muss ich sagen. Ja, wirkt ein bisschen, es ist ein bisschen anders. Es ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, da ist so ein bisschen Schwung drin in der ganzen Sache. Muss man fern von sein. Man sitzt beim Fahren sehr aufrecht. Zumindest ist das jetzt so mein erster Eindruck vom Fahrgefühl her. Ansonsten von der Optik her von vorne. Wir haben hier auch wieder diese typischen Gewinde für den Korb vorne. Da habe ich zuletzt immer gesagt, dass das Ganze ja nicht so meins ist mit Körbchen vorne dran. Aber, ja, der eine oder andere nutzt das tatsächlich ganz gerne. Gibt ja auch gutes Zubehör von Mockwheel. Findet ihr auch über den Link in der Videobeschreibung im Shop. Also, falls ihr Lust darauf habt, euch ein Mockwheel-Fahrrad zu holen, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Link in der Videobeschreibung nutzt. Und meinen Rabattcode. Da kriegt ihr dann auch nochmal 50 Euro Rabatt. Und, ja, natürlich auch auf das Zubehör, so wie ich das verstanden habe. Also, auch wenn ihr euch irgendwann original Mockwheel-Zubehör kauft, wie zum Beispiel einen passenden Korb oder, oder, oder. Da gibt es halt auch so ein paar Sachen. Und auch das Solarpaket. Das Solarpaket passt jetzt leider fürs Asphalt nicht. Hat mich ein bisschen gewundert, weil es ist jetzt ein 48 Volt Akku. Aber scheinbar liefert dieser 48 Volt Akku nicht die 1000 Watt Ausgang, die jetzt die anderen Mockwheel-Akkus liefern. Und das Solarpaket ist ja in erster Linie auch dazu da, um zum Beispiel den Fahrradakku dazu zu nutzen. Tatsächlich auch das Handy zu laden oder tatsächlich auch einen Staubsauger zu betreiben. Geht auch, habe ich ausprobiert. Video kommt noch. Also, man kann mit diesem Solarpaket eine ganze Menge machen. Da gibt es einmal diesen Konverter und einmal ein Solarpanel. Video kommt. Also, das Zubehör von Mockwheel ist eigentlich immer ganz in Ordnung. Körbe und Zug habe ich bisher noch nicht getestet. Vielleicht machen wir da ja noch mal ein extra Video, dass wir da so ein bisschen Zubehör testen, dass ich das einfach mal zeigen kann im Video, wie es aussieht. Was ich dann jetzt an der Stelle habe, das erwähne ich oft, aber mache es dann in der Regel dann doch nicht. Ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht. Ich habe hier, so man sieht es vielleicht hier an dieser Stelle, da sieht man es über oberhalb meines Fingernagels. Hier ist jetzt Lackschutzfolie von mir drauf. So, die habe ich hochgezogen bis hier. So, und das ist nämlich so diese Stelle bei mir, wo ich ganz oft einfach, weil ich so ein bisschen schlufig bin, beim Absteigen oder beim Aufsteigen, da schramme ich dann mit den Schuhen gerne mal ans Oberrohr. Und deswegen klebe ich das jetzt neuerdings immer bei mir direkt mit Lackschutzfolie ab. Und die habe ich euch auch mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das sieht aus wie so eine Tesafilmrolle. Ist also so breit, kann man in Stücke schneiden. Also je nachdem, wie viel Stück man braucht. Ich habe mir jetzt so ein Stück abgeschnitten und habe das einfach drüber geklebt. Das kann man auch ganz gut über Aufkleber drüber kleben. Also man zieht die Aufkleber hinterher nicht mit ab, weil das keine richtige Klebefolie ist, sondern einfach nur eine einfache Lackschutzfolie, um halt den Lack vor irgendwelchen Gebrauchsspuren, Fahrradtaschen zum Beispiel, davor das Ganze zu schützen. Dafür ist diese Lackschutzfolie da. Dann werde ich das Fahrrad jetzt nochmal hier umdrehen vom Gewicht her. Ja, ich hätte jetzt gesagt, also es ist jetzt nicht so schwer, dass ich sagen würde, oh mein Gott, das ist ja ein richtiges Schwergewicht. Also im Prinzip kann man schon ganz gut anheben. Hier hätte ich jetzt gesagt, 25 Kilo sind es wahrscheinlich. Und da haben wir das Ganze dann nochmal von der anderen Seite. Auch hier haben wir wieder den Asphalt X Schriftzug. Auf der Homepage heißt es, glaube ich, Mockwil Asphalt 3.0. Hier haben wir dann nochmal den Aufkleber. Aber wie gesagt, die neuen Mockwil Aufkleber hier, die gefallen mir echt gut. Das passt richtig so im Gesamtkonzept mit diesen Streifen zu den Reflexstreifen auf den Rädern. Ja, also auch die Farbe. Das ist ja dieses Grau, was ist das Anthrazit? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich glaube, ich hätte es gesagt, das ist dieses Grau. Also es sieht an dem Fahrrad wirklich mega, mega schick aus. Kommen wir nochmal zu den Bremsen. Wir haben hier 180 mm Scheiben vorne und hinten. Und wir haben dazu passend eine Tektro Zweikolbenbremsanlage. Ja, Zweikolben hydraulisch das Ganze natürlich. Also Zweikolben ist Standard. Falls ihr jetzt mit Zweikolbenbremsanlage nichts anfangen könnt. Und ja, die etwas hochwertigeren Räder haben dann eine Vierkolbenbremsanlage. Aber für dieses Fahrrad, für den Zweck und so weiter reicht das definitiv aus. Hier haben wir nochmal die Bremsgriffe. Die fühlen sich und fassen sich auch ganz gut an. So wirklich was einstellen kann man hier nicht. Hier wäre dann die Entlüftungsschraube. Braucht man in der Regel nicht. Ich habe bisher nur ein Fahrrad gehabt, wo ich tatsächlich mal entlüften musste. Hier vorne nochmal die Bremsscheibe. Da nochmal der Bremssattel. Ja, Tektro ist ja auch Standard bei diesen Fahrrädern, die im Prinzip aus China kommen. Im Prinzip nennt man mal bitte ein Fahrrad, welches nicht aus China kommt. Oder wo keine Teile dran sind, die nicht aus China sind. Also ich kenne jetzt tatsächlich keinen einzigen Hersteller. Auch sogenannte deutsche Hersteller, die halt wirklich ein hundertprozentig deutsches Fahrrad haben. Deswegen finde ich immer so diese Schimpferei. China-Fat-Bike. So, das sind dann die Leute, die Motorrad fahren. Die fahren dann Honda, Suzuki, Kawasaki. Was gibt es dann noch? Und dann, ja, ja. Aber bei den Fahrrädern ist es dann China-Fat-Bike. Oder auch die ganzen... Neulich hat auch wieder einer gesagt, China-Fat-Bike. Nur Schrott. Da habe ich gesagt, welches Handy hast du denn? Oder er hat dann irgendwie auch gesagt, ja, ist doch scheiße, dass heutzutage alles aus China kommt. So, und er hat das Ganze nur auf diese Fahrräder bezogen. Da habe ich dann erst mal gefragt, welches Handy hast du denn? So, hat er natürlich nur doof geguckt, weil völlig klar war, dass sein Handy natürlich auch aus China kommt. Aber lassen wir das. Was kommt heutzutage nicht aus China? Deswegen, ich finde so dieses... Ich finde das immer süß, wenn die Leute sagen, ja, China-Bikes, ne? So. Aber gut. Man kann halt... Ja. Viel Spaß damit. Dann vielleicht nochmal ein Wort zur Achse. Wir haben hier vorne eine verschraubte Achse. Ich habe sogar auf der einen Seite jetzt die Abdeckung vergessen. Ja. Müsste ich noch nachholen. War auf jeden Fall dabei. Auf der Seite hier habe ich es ja drauf. Auf die Federgabel, boah, da habe ich jetzt bisher gar nichts eingestellt. Also wir haben hier, ah, okay, verschiedene Stufen, das Ganze einzustellen. Auf der rechten Seite bis hin, dass man die Gabel starr fährt. Und dann hier auf der rechten oder auf der in Fahrtrichtung linken Seite haben wir wieder diese Einstellschraube. Da haben oder da kriege ich auch oft die Frage, was ist denn das für... Und was ist denn das und warum ist das da auf der linken Seite so schwer? Also mit dieser Schraube hier, mit dieser Stellschraube, die ist wirklich sehr schwer zu drehen. Da müsst ihr oder dürft ihr auch keine Angst haben. Wenn ihr das Ganze im Uhrzeigersinn reindreht, dann erhöht ihr die Spannung der Feder. Das heißt, die Federung wird ein bisschen härter, wenn ihr das Ganze rausschraubt. Also gegen den Uhrzeigersinn, dann wird die Federgabel nochmal ein bisschen weicher. Ich fahre jetzt mit 2 Bar Reifendruck, vorne und hinten. Und von der Gabel her, also das Fahrwerk ist total in Ordnung. Die Reifen sind super. Habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Machen wir das mal hier eben nochmal als nächstes. Reifenprofil, ja, es ist ja diesmal kein 26x4 Fahrrad. Ich muss gerade mal gucken. Ich glaube, es sind 27,5 Zoll Reifen. Aber da bin ich mir gar nicht sicher. Ja, da, 27,5 x 2,4. Da, an der Stelle kann man es auch ganz gut nochmal erkennen. Ja, von den Reifen her, herstellermäßig ist das Ganze. Es ist aber ein Shaoyang Reifen. Und anders als bei den anderen Mokvi-Modellen ist der Akku hier von oben drin, nicht von unten. Ich finde es optisch immer schöner, wenn er von unten reinkommt. Weil da hat man von oben halt die Lackfläche nochmal. Ja, so hat man halt den Akku direkt. So, ansonsten weiß ich nicht, was es sonst noch zu sagen gibt. Der Motor ist, da gucken wir auch nochmal drauf. Dann gibt es nämlich auch nochmal so ein paar Zahlen zu, die wir hier hoffentlich ganz gut sehen können. So, steht drauf. Mokvi-Modellen, 27,5 Zoll. Also das ist der Durchschnitt 48 Volt. Und ja, ob der sich jetzt großartig anders fährt, als der Vorgänger noch mit 36 Volt. Das werde ich in einem extra Video alles nochmal so ein bisschen erläutern. Wie gesagt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man einfach, vor allem die Unterstützungsstufen, dass man den Drehmomentsensor nochmal ein bisschen schöner angepasst hat. Also dieses Fahrrad fährt sich deutlich besser nochmal als der Vorgänger. Finde ich eine richtig gute, gelungene Sache. Ansonsten sieht es erstmal von der Verarbeitung aus her, also auch vom Lack, von der Farbe her. Ja, da haben wir wieder so hier dieses typische, diese typischen geschliffenen, gut schön bearbeiteten Nähte an dieser Stelle. Also ich finde das ja schick. Man hat das natürlich an den ganz wichtigen Stellen, wie zum Beispiel hier unten. Da sieht man so die Schweißnähte. Da hat man das jetzt nicht gemacht. Hätte man machen können. Ich glaube schon, dass das Ganze halten würde, wenn man das an den Stellen da unten auch macht. Ich habe ja auch immer so im Hinterkopf, irgendwann mal Fahrräder umzulackieren, so ein eigenes Design zu machen. Und ja, da kann man sowas natürlich immer nochmal ein bisschen nacharbeiten. Und dann hätte ich jetzt auch, glaube ich, erstmal zum ersten Eindruck alles gesagt. Die Schaltung ist jetzt ab Werk nicht so hundertprozentig eingestellt. Die fahren die Fahrräder nach der Montage scheinbar nicht. Ich habe da keinen Überblick, wie das da in diesen ganz großen Produktionsstätten ist. Wenn man jetzt bei Deutschland in einem Laden oder in Deutschland in einem Fahrradladen, wenn man da jetzt irgendwie ein Fahrrad kauft, dann sind die Schaltungen immer hundertprozentig eingestellt. Das ist halt der Nachteil, wenn man es online bestellt. Die werden montiert, die werden zusammengebaut und die Schaltung wird einmal eingestellt, aber man fährt dann nicht mehr. Und dann nochmal nach zu korrigieren. Und ich habe auch ganz oft schon gehabt, dass wenn eine Schaltung am Anfang richtig gut war, dass das Ganze nach fünf bis zehn Kilometern sich dann schon wieder verändert hat, wenn man ein paar Mal alles durchgeschaltet hat. Die andere Variante hatte ich auch schon. Am Anfang war alles total Mist. Und einfach nur dadurch, dass man einfach mal alles durchgeschaltet hat, zehn Kilometer gefahren ist, dadurch hat sich dann auch die Schaltung so ein bisschen eingespielt. Also ich habe da wirklich schon alle Fälle gehabt. Hier ist es erstmal so, dass ich jetzt erstmal ganz leicht hier oben den Schaltzug, dass ich den ganz leicht verändert habe mit dieser Schraube hier oben. Das sage ich euch auch nochmal. Also hier bei dieser Shimano Schaltung haben wir hier oben die Möglichkeit an der Schraube. Die kann man rein und raus drehen immer so ein bisschen. Da haben wir dann ganz einfach die Möglichkeit auch nochmal den Schaltzug einzustellen. Und dadurch kann man zum Beispiel, wenn der beim Runterschalten Probleme macht oder beim Hochschalten, muss man halt in eine gewisse Richtung drehen. Ich weiß es aus dem Kopf jetzt auch immer nicht. Ich mache es einfach nach Gefühl und dann verstellt sich die Schaltung. Entweder wird es schlechter, dann weiß ich, ich muss in die andere Richtung drehen. Und wenn es dann irgendwann besser wird, dann muss man halt so diesen Punkt finden, wo es wirklich richtig gut ist. So, das war es vom ersten Eindruck. Mockviel Asphalt X. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich sage wie immer, ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.